Die Gesamtnote für diesen TomTom Artikel lautet 8.4 von 10 Punkten. Es ist derzeit das am höchsten bewertete mit 1495 Bewertungen für diese Kategorie. Hier sind seine besonderen Merkmale. Saugleistung, leicht zu erkennen, Touchscreen, Spracherkennung, Qualität, Haltbarkeit. Wenn Sie weitere Informationen suchen und den aktuellen Preis für dieses Produkt sehen möchten, klicken Sie auf den Link in der Beschreibung unter dem Video. Dieses von TomTom hergestellte Produkt erhielt 8.6 von 10 Gesamtpunkten. Es ist derzeit das billigste in dieser Auswahl. Die Stärken sind Genauigkeit, Touchscreen, Wärmeleistung, Preis-Leistungs-Verhältnis, Blendfrei, Spracherkennung. Sie können dieses Produkt kaufen oder weitere Informationen erhalten, indem Sie auf den Link am Ende der Videobeschreibung klicken. Die Endnote für dieses TomTom Produkt ist 8.8 von 10 Punkten. Es ist derzeit das exklusivste in dieser Auswahl. Seine Stärken sind Saugleistung, Qualität, Haltbarkeit, Touchscreen, Preis-Leistungs-Verhältnis, Genauigkeit. Wenn Sie weitere Informationen wünschen und den Preis für diesen Artikel erfahren möchten, klicken Sie auf den Link am Ende der Videobeschreibung. Die Bewertung dieses TomTom Produktes ist 8.6 von 10. Wir bewerten es als die beste Wahl. Seine Hauptfunktionen sind einfache Handhabung, leicht zu erkennen, Touchscreen, Qualität, Haltbarkeit, Spracherkennung. Am Ende der Videobeschreibung finden Sie den Produktlink mit weiteren Informationen und dem aktuellen Preis. Die Gesamtbewertung für diesen TomTom Artikel ist 8.6 von 10 Punkten. Es ist das offensichtlichste aus dieser Auswahl. Seine Eigenschaften sind Bildqualität, Touchscreen, Genauigkeit, Preis-Leistungs-Verhältnis, Qualität, Haltbarkeit. Den Link zu diesem Produkt mit allen Informationen und dem aktuellen Preis finden Sie am Ende der Videobeschreibung. TomTom wurde mit diesem Artikel eine Endnote von 8.6 von 10 gegeben. Im Moment scheint es am meisten verschenkt zu werden. Die Stärken sind Qualität, Haltbarkeit, Komfort, Touchscreen, Saugleistung, Preis-Leistungs-Verhältnis. Wenn Sie den Preis für dieses Produkt wissen oder mehr darüber erfahren möchten, klicken Sie auf den Link am Ende der Videobeschreibung. TomTom hat ein Produkt hergestellt, das wir mit 7.8 von insgesamt 10 Punkten bewertet haben. Online ist es der Verkaufsschlager. Seine Stärken sind Touchscreen, Helligkeit, Saugleistung, Bluetooth-Verbindung, Genauigkeit, Spracherkennung. Den Preis für diesen Artikel und weitere Informationen finden Sie über den Link am Ende der Videobeschreibung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017